Hey, yo! Und herzlich willkommen zurück bei Apple Jetzt wollte ich mal ein komplett neues Flugzeug ausprobieren Zum Beispiel hier den Witch Doctor Den habe ich noch gar nicht Der hat einmal H. Wester Keine Ahnung was das ist und Poison Darts Soulcatcher Texas Gars und Petitool Holen wir mal Toxers Gars und Poison Darts Ach du scheiße was ist denn das? Das ist ja Hyperspace 207 Ach wei Nein Oh Gott Also das ist nicht schon mal Hyperspace Aber Space B Was ist denn da hin? Oh ne Oh Das müssen wir schon machen Hm Oh Oh was war denn das? Oh was war denn das? Oh Gott Was ist das denn für ein Flugzeug? Oh 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 Ich hab null Ahnung Was passiert denn jetzt? Ach sooo Es ist vorbei Ach Ach Capture Jetzt soll ich die Capture the Flag Flugzeug damit komm ich überhaupt nicht Klar Klar das geht immer gar nicht Wiking Ma Sieht da viel 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 besser aus und altmodisch Ach klar Oh So So Dafür Jetzt wie hole ich nur diese Flagge Ich hab null Ahnung Ich hab null Ahnung Achso Alles klar Das ist ja mal lustig Da ist überhaupt gar keine Flagge Das ist nur ein Symbol Flieg Kumpel Flieg Ich hab schnell erschaffen Drück, drück, drück Oh Gott Ja Yeah Hättest du gedacht, geh Nein Aber immerhin die Flagge Mitgenommen Hör mal Und zwar Und zwar bestimmt so ein ganzer Schwarm Ja Ich wusste Scheiße Und zwar Ach verdammt Wo war das Nichtes Woll den Doch Was passiert denn hier Oh was ist von mir los War das ein Kumpel Oh nein Das war ein paar Verbindete trước Und ich versuchte nicht zu töten Wie geht denn das So, jetzt bin ich mal gespannt, sieht aus, hier sind Droide, Droiden, Flugzeug. Oh, cool. Haha. Was sind denn hier? Gewonnen! Ging aber schnell! Also Capture the Flag ist ein lustiges Gameplay Aber ich finde immer noch Team Deathmatch So Dann holen wir uns mit dem Fettbild Ich kann ihn Das bestimmt Yeah! Oh Gott Oh mein Freund Nein! Ach das ist jetzt Äh das nicht Okay Das war Sticky Und Schott Wo ist denn da hin? Oh Gott Aha Äh Na 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 Tja Was kommt davon? Wenn man sich mit hier einen Fettbild anlegen Alle kennen die doch schon andere Namen Fettbild Tja Was kommt davon? Oh Oh Ereken 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 Girdling 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 Ereken Woa 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 Ja Nur im Auge behalten Haha Und überhaupt gar nicht aus im Auge lassen Dann Wollert man ihn halt tot So Yeah Zwei Kills Ne Einen D sanity Gind N Uh peu Boah, war das knapp. Wenn man nicht fliegen kann, soll man es lassen, und ich kann es selber nicht. Jetzt holen wir mal unser Lieblingsflugzeug wieder. Sniper. Oh, Gott, nee. Was war das? Also, das Fliegen muss ich noch ein Biest ziehen. Tja, mein Freund, schab dich ewig. Oh, der hat keine gute Kraft selbst rum. Dann hab ich schon ausgedrückt. Du Killer. Ja, game over, baby. Oh nein, er hat mich. Das war... gar nicht. Der kleine Flitzpipel. Oh, Mann. Wo ist denn hin? Hat er mich noch? Ich geh gegangen, obwohl ich meine Special Attacke gemacht hab. Ach du Scheiße. Aber ich hab auch noch gekillt. Heidegedacht, der macht mich fertig. Und stirbt selber noch. Und auch noch gekillt. Das ging aber schnell. Was ist denn mit dir los? Mit Ruinenflugzeug. Kann sich doch selbst zeigen. Denk ich schon mal. Aber ich weiß es nicht. Was hab ich gemacht? Jetzt hab ich auf den Turbo Boost gedrückt. Jetzt haben wir wieder Cybert. Jetzt haben wir wieder Cybert. Und zweit Lieblingskammer. Schöp. Schrägstrich. 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 Was denn da hin? Alter! Alles klar! Tja, ich hab mich doch geheilt. Ich verstehe mich nicht. Na? Ja, ich hab mich doch nicht. Anni, ich hab mich doch nicht. Anni, ich hab mich doch nicht. Die Aume. Wie sehen die denn alle? Einmal getroffen. Tja, tut mir leid, konnte. Muss sein. Was sie muss? Muss. Leute! Pass mal auf. Noch einen letzten Kill. Oh fuck. Ich glaub der killt nicht. Hey! Gekillt. So Leute. Das letzte Play ist leider vorbei. Wir überstreiten die Zeit. Aber Leute macht nichts. Bis zum nächsten Mal. BAM!